Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Ich hab jetzt diesen kleinen hässlichen Kampf hier nochmal gemacht mit den Leuten. Ganz in Ruhe. Hat auch alles gut geklappt. Ich hab nicht zu viel Munition verschwendet. War alles gut. Jetzt müssen wir aber den Kampf hier nochmal machen. Den fand ich ja hier bisschen blöder jetzt. Er ist recht wegen der kleinen Pissflitsche da. Und der da oben auch. Kleine Kacken machen. Oh, guck mal, ein Kopfschuss gelandet. Supergeil. Sehr gut. Bitte, komm her. Getötet? Ja. Guck mal, wenn man ruhig bleibt, klappt alles. Ich muss nur ruhig bleiben beim Kampf. Oder kommt jetzt noch einer? Da sind locker noch welche. Kannst du mir nicht sagen, dass es alle wahrnimmt. Das glaub ich auch... Uh, oh, oh, oh. Ja, war klar. War klar. Ein Riesenfeuerfall. Ein Riesenfeuerfall. Was? Wie? Stirb. Du kleine Riesen. Entschuldigung, aber... Eddie ist die Wahrheit. Was soll ich dazu sagen? Weißt du, der hat so Panzerung. Weißt du, schießt auf mich. Ich sterbe nicht. Ich schieße auf den und der stirbt nicht. Der Panzerung. Aua. Ja, ist mal gut. Du verschwendest Munition, Freund. Du kleine Funz. So. Ich sag's euch. Legt euch nicht mit Lara Croft an. Oder auch... Wenn ihr die Spiele-Lara... Kleine... Mistratte... Blöde Funz. Was? Was ist hier denn? Ein Eingang zu einer Höhle, oder was? Ich glaub, da muss ich drauf, ne? Ich glaub schon. Geheimes... Oh, geheimes Grab. Das find ich sehr schön. Das können wir direkt machen. Ich wüsste, wo das ist. Wir müssen uns... In die Richtung ist das Grab. Äh... Ach so. Ach so, ach so. Naja, aber ich möchte eben noch mal gucken, ob hier irgendwas ist, was ich, ähm... Ein... Denn... Wo, wo geht's da lang? Da kann man auch noch lang. Bin ich auch mal gespannt. Aber ich muss auf jeden Fall da mal rüber. Wie komm ich denn jetzt am besten da... Am besten hier mit, ne? Ich denk mal so. Ich muss da rüber. Ich kann doch nicht von hier aus da rüber springen. Nee. Nee, wie gehst du runter? Lass dich mal runter. Lass dich runterfallen. Lass dich runter. Hallo, willst du mich verarschen? Uh! Ich muss auf jeden Fall einmal da rüber und dann da hoch. Ach so, ja. Warum ich einfach nicht hier hoch? Äh... Hier hoch. So. Denn das hier... Muss ich auf jeden Fall zerstören. Ich dachte schon, ey, wieso geht das nicht? Oh. Sorry. War nicht meine Absicht. Ach so, ich... Ach, okay. Ich weiß jetzt, wie ich runtergehe. Ich möchte aber eben mal gucken, was hier ist. Ach, guck mal. Ich hab was gefunden. Einen... Geocache. Ein kleiner, aber fein Geocache. Wo bin ich eigentlich? Da bin ich. Okay. Wollte nur sicher gehen, ne? So. Guck mal. Zwei Bergungsgut... Bergungsgutkisten hintereinander. Wenn das nicht mal... Geil. Das war ja auch nicht. Hier noch Pfeile. Kann ich nicht so voll, aber ich kann die Kiste aufstemmen. Und nochmal 65 Bergungsgutteile bekommen. Was war das? Was flog da? Ihhh, bestimmt gibt's hier so Zombie-Vögel oder so. Ah, wir sind doch nicht bei Walking Dead oder so. Das verwirrt. Da kann ich lang, da kann ich hoch. Da hoch ist aber... Was sind das überhaupt für Töpfe? Wir haben schon gleich ausgekippt und ich verbrenne elendig oder so. Das verwirrt mich hier gerade ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ach, guck mal. Ach, guck mal an. Guck mal einer an. Hier irgendwo ist ein... Dokument für mich. Direkt hier. Bestimmt über mir. Ich wette, dass das über mir ist oder so. Ich kann sogar da auch... Und da gibt's so Höhlen. Ach mal, ich bin einfach hier unten. Ah, okay. Ja. Warum nicht, ne? Jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen Bergungsgut ein. Da hinten auch nochmal, bevor ich jetzt lagern gehe. Oh, nichts noch. Und jetzt... Aber hier war, glaube ich, jetzt nicht so schnell. So. Ach komm. Komm, wir gehen jetzt auch noch da hoch. Wenn wir schon dabei... Ach, ach, hier sind wir jetzt wieder. Ja, und hier ist irgendwo ein... Dokument. Hier ist nur, wüsste wo. Hier. Bestimmt. Da oben. Wir müssen noch einen nach oben, glaube ich. Können wir nur noch nach oben? Ja, man kann noch. Hallo. Nein, ich bin noch nicht daneben. Nein, da gleich stirbst du, sag ich dir. Dann ist das Geheule groß. Ich bin tot. Ich bin tot. Wo ist jetzt das... Das mir versprochene Dokument. Hallo. Wir müssen verarschen. Was ist das? Ich möchte das jetzt lesen. Das lebe ich aber auch nicht. Weiter oben kann das ja auch nicht. Hässlich empfinden. Geh runter. Geh runter. Geh runter. Also verstehe ich nicht ganz, wo das jetzt sein soll. Ups. So. Oder ist das hier? Also entweder bin ich blöd oder es liegt hier. 21. 21. Januar 1997. Die Truppenstärke der Solari, meiner Krieger der Sonne, ist inzwischen beachtlich. Und ich weiß nun alles Nötige, um meine Pläne weiter zu verfolgen. Es ist Zeit für uns, Land einwärts zu ziehen. Wir werden unsere Stadt oben in den Bergen errichten, rund um den Alten Palast. Dort können wir uns gegen die Univächter schützen. Und ich komme schnell zu allen Punkten der Insel. Jeder, der hierher kommt, muss gefangen genommen werden. Ich weiß jetzt, was ich suche. Den Schlüssel, um von hier zu entkommen. Und vielleicht noch viel, viel mehr. Es mag Jahre dauern, aber ich werde sie finden. Oje. Besessenheit. Matthias hat seine Solari dazu gebracht, all das im Namen einer längst gestorbenen japanischen Königin zu bauen. Ja, ja. Unglaublich. Der Typ ist ja eh krank, sage ich immer wieder. Aber keiner hört auf mich. Ja. Ist so. Ach guck mal, noch was gefunden. Noch eine Jade-Figur aus der Ming-Dynastie. Aber die hier sieht echt aus. Ja, sieht aber hässlich aus. Mal, als ob die so sich vollgekackt hat. Die eine war doch Made in China, ne? Auch traurig. Dann finden wir schon sowas Besonderes. Und dann, Made. China. Echt irgendwie ein bisschen, ein bisschen traurig. So. Nichts erzählen? Dann nicht, Lara. Dann nicht. Merke ich mir. So, wo machen wir denn weiter? 58, 50. Ich orientiere mich mal in Prozent. Und wenn hier irgendwas scheiße ist, dann... Vielleicht soll ich nicht mehr wissen. Das haben wir. Nö. Nee. 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 Ist einfach nicht so... Vielleicht Jäger? Vielleicht ist das ja ganz... Komm, Meister, Meister, Komm, Meister, Komm mal. Da müssen wir wohl in Kämpfer-Upgrades investieren. Meister, Komm, Meister, Komm, Meister, Meister. Weichen dem Gegner aus, stoßen sie... ... ihm ein Pfeil ins Knie und versetzen... Oh. Das meister ich doch gerne. Um Pfeil... Weichen sie mit Umschalt aus und drücken sie... Boah. Das ist mir viel zu kompliziert. Kombinationen auch lernen, oder was? Nee, nee. Nee, nee, nee. Also, dat wird nix. Wicht und sonst gekauft. Guck mal, hier müssen wir auch noch weiter verbessern. Eins, zwei, drei, guck mal. Das oder das? Hm. Eine größere... Größere Reichweite ist gut. Volle Drossel. Nee, ehrlich, das find ich gut mit größerer Reichweite. Das ist, äh, geil. Ja, doch, 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 doch. So, können wir hier irgendwas angucken? Nein, können wir nicht. Wie heißt das Grab? Das Grab heißt... Steht da nicht. Aber ich mach mir mal meine Fackel an. Werde mir jetzt das Grab erkunden? Wie? Ich bin schon an was vorbeigelaufen, oder was? Ach nee. Im richtigen Moment gemacht. So. Ich frag mich, wie das Lager so wird. Wie stimmt wir jetzt richtig los? In meinem Gesicht zu haben. Aber ich glaub an dich. Ach, guck mal. So, wo gehen wir jetzt lang? Ich glaub, ich geh links. Warte. Gehen. Okay, du bist weg. Tja. Tja. Vergackt. So. Oh, oh. Oh. Nicht so schnell. Oh, nicht so schnell. So bekloppt. Ach, guck mal. So kann man viel besser sehen. Das alles so. Viel besser. Das ist bestimmt so ein Labyrinth oder sowas. Ach, nee. Ich bin kein Labyrinth. Du Rind. Mach bitte deine Fackel an, Madame. Los, quetsch dich durch. Wir sind richtig gelaufen. Obwohl da hinten gab es bestimmt irgendwas. Können wir ja immer noch an. Die Kammer des Gerichts. So eine Art Werkstatt. Anscheinend haben die Solare die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. Das ist geil. Komm, setzen wir uns erstmal. Was ist das? Was bringt uns das? Zum Zielen? Wohin soll ich das denn? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Jetzt, nee, 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 nee. Ich will erstmal ins Labyrinth. Sagt sie was? Ich hab vielleicht mal, dass sie irgendwas sagt. Aber leider sagt sie nix. Und was soll ich jetzt mit so einem... Nein, 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 nein. Ich will nicht ins Lager. Ich möchte... Toll. Toll. Hab ich das Spiel jetzt kaputt gemacht, oder was? Nein, 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 nein. Ich will das aufnehmen. Aufnehmen, 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 aufnehmen. Nein, da war's. Warte, da. Nein, nein. Scheiße. Hab ich jetzt verkackt, oder wie? Kann ich das Grab jetzt nicht mehr machen? Halleluja, ey. Ich dachte schon, ich hab mal wieder verkackt. Wo soll ich das jetzt hin zählen? Dagegen, oder was? Das war ja richtig, richtig gut, Lara. Nee, werf das mal da rein. Hä? Wieso geht das nicht? Ich möchte das bestimmt Benzin oder so drin nicht. Oh mein Gott. Schon was abfackeln. Warte. So, da rein. Weiß nicht, was ich da drauf stehe. Auch nicht. Aber warum bewegt sich das? Ach, muss ich mich so da dran hangeln? Ein Kitarzahn. Oi, 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 oi. Oder auch nicht. Oh, ii. Fackel dich mit an. Fackel dich mit an. Ja. Brenne. Brenne. Leichenschäden. Wo muss ich überhaupt hin? Das Drezel, ne. Das ist mir schon wieder zu viel. Guck mal, hier muss ich... Ich mag das Spiel. Das Spiel mobbt mich. Hallo, was... Ach, ich... Das hab ich verkackt. Kann ich das jetzt nicht mehr machen, oder was? Irgendwas muss hin. Ich weiß, was da hin muss. Bestimmt diese Kanister hier. Betten, die müssen hier hin. Hallo, hallo. Lara. Willst du mich verarschen? So. Werf ihn da hin. Nein! Kann ich hier noch so loslassen? Idee. So. Jetzt so. So. Das ist noch nicht schwer. Wir brauchen noch mehr Kanister. Sonst, äh... Sehen wir ganz doof aus. Ich glaube, das ist das Rätsel. Ich glaube, das müssen wir machen. Ich mache aber lieber noch mehr. Ich mache mal alle vier. Weil ich glaube nicht, dass, äh... Zwei Kanister schwerer sind als, äh... Lara. Ach so, wenn die springt, dann lässt die das immer los. Ist ja dann... Spring mal nicht, ne? So. So. Und noch den letzten Kanister. Ähm... Das heißt, dass das jetzt... Funktionieren muss. Ähm... Ja. Ja. Vielleicht muss ich auch einfach mit dem, ähm... Ach so. Ich muss mich so da dran hangeln. So. Huh. War genau der falsche Moment. Wieder richtig gutes Timing hier. So. Jetzt mach das bitte nochmal. So. Jetzt zieh das an dich ran. So. Und wenn das hinten ist, dann müssen wir rennen. Also jetzt. Und spring dran. Hä? Wie? Bin ich jetzt doof? Hä? Ich versteh's nicht. Irgendwie ist das hier grad voll die Zeitverschwendung. Also bitte. Stell dich nicht so an, Lara. Oder musst du dich hier dran? Nö. Ähm... Ich muss ja... Irgendwie an die... Leiter. Muss ich das dann von hier so ziehen, oder was? So. Jetzt so. Das bringt mir jetzt genau was. Ich muss doch irgendwie... An diese Leiter. Das schaffe ich, indem ich an die Kletterwand gehe. Und wenn ich zur Kletterwand möchte... Muss ich doch... Muss ich doch... Das irgendwie so ziehen und mich da dran angeln, dass ich dann irgendwie zur Kletterwand komme, oder nicht? Ach so. Das ist jetzt traurig. Ne, 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 ne. Kletter mal ein bisschen weiter hier. Kletter mal weiter. So. Uh, uh, eh, 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 eh. Ich will das nicht nochmal machen. Guck mal, ich hab's geschafft. All diese Orte wurden auf alten Ruinen errichtet. Ah. Der Schatz ist unser. Ja. Ja. Ja, das steckt so gerne ein, ne. Das steckt so gerne ein. So. Hä? Seit wann ist das hier denn? Oh, ne Schatz... Ne Schatzkarte. Aber wo ist die Schatzkarte? Da. Wieder. Muss ich nochmal zurück, oder wie? Hab ich die jetzt übersehen? Wenn ich die jetzt übersehen hab, dann... Ist immer vorbei. Ich hab die übersehen. Ach ne, ich hab sie nicht übersehen. Jetzt wird mir alles angezeigt. Guck mal, hier haben wir fast alles sogar bekommen. In diesem ersten. Nur noch einen Geocache brauchen wir da. Ja, geil. Wie viele Grabengräber gibt's hier? Zwei Stück auch. Finde ich gut. Ich möchte jetzt aber gerne noch in der Folge auch diesen zweiten Weg lang gehen. Oh. So. Yay. So, genau. Hier durch. Wettisch durch. Mach dir ne Fagel an. Genau. Mach den Überlebensinstinkt an, damit du auch mehr siehst in der Dunkelheit. Und bitte schlaf nicht ein, okay? Weil, äh, beim Laufen einschlafen ist nicht so gut. Nur so ein kleiner Hinweis. So. Und jetzt gehen wir hier lang. Weil, hier ist bestimmt auch hier. Oder ist das einfach dasselbe? Oh. Spring. Kann hier auch noch rum. Nein. Oh ne. Jetzt sind wir ja hier. Oh ne. Och ne. Jetzt sind wir am Anfang. Ich darf also nicht runter. Okay. Gut zu wissen. So. Geh hoch. Das geht jetzt nicht. Was geht jetzt nicht? Bist du so durft zum Rennen oder was? So. Runter geh ich jetzt ganz sicherlich nicht. Ja. Ich weiß das bei. Tabulator. Das da. Ach. Geht's hier einfach nur raus? Oder was? Ne. Geht's doch tiefer in die Höhle rein. Ne. Geht's raus. Und den Fähigkeitspunkt werden wir jetzt in der nächsten Folge verwenden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.